Wir freuen uns, dass du da bist und deine Einschätzung wollen wir hören. Wir haben bei den Herren ja mit Lukas Schwoit, dem Deutschen, der als schnellster Schwimmer erwartungsgemäß vorne war, da hängt er dann die Top-Favoriten. Patrick Lange, eben auch ein paar Minuten Rückstand für Sebastian Kienle. Alles so noch im Rahmen oder kannst du schon Tendenzen für den heutigen Tag erkennen? Also der Sebi hat nicht stark... Ja, wir freuen uns, dass du da bist und deine Einschätzung wollen wir hören. Wir haben bei den Herren ja mit Lukas Schwoit, dem Deutschen, der als schnellster Schwimmer erwartungsgemäß vorne war, da hängt er dann die Top-Favoriten. Patrick Lange, eben auch ein paar Minuten Rückstand für Sebastian Kienle. Alles so noch im Rahmen oder kannst du schon Tendenzen für den heutigen Tag erkennen? Also der Sebi hat... Applaus Das war's. Der Torbo zündet. Hier sehr flott unterwegs. Ja, Beifall hier. So. Der Jörg. Come on, Jörg. Der Jörg, der Jörg. Der Jörg, der Jörg, der Jörg, der Jörg, der Jörg. Ja, der Magi, der Magi, der Magi, der. Der Bruder. Super, der Ultimo. Let's go, let's go, let's go. Ja, der Jörg. Iniced by. Ich bin fast. Die Jörg, der Jörg, der Jörg. Die Jörg, der Jörg. Danke schön... Hey... Stress up. ечь le�, you got too much energy, my friend. Peter from England Ich ruhe... Yes, yes yes yes! Ja, no, yo, yo, wo he... Hey! Stress up! Cheers le�, you got too much energy, my friend. Granny... Yes, yes yes yes! Ja, لا, na, na... Hey! Das war's! Jahan, you got too much energy, my friend. Das war's! Jahan, you got too much energy, my friend. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!